Hier präsentieren wir die 5 beste Kuchenblech-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Zenka Ofenblech ausziehbar, rechteckiges Backblech. Das ausziehbare Backblech von Zenka hat eine Breite von 33 cm und einen Längenverstellbereich von 34,5 bis 52 cm. Es misst 3 cm in der Höhe und ist antihaft beschichtet. Das Stahlblech ist leicht und einfach zu handhaben und wiegt etwa 500 g. Mit diesem Blech können Sie dank der ausziehbaren Seiten vielseitig backen. Sie können je nach Gebärg und Anzahl der Gäste gewechselt werden. Dieses Blech ist die passende Lösung, egal ob Sie ein kleines, rechteckiges Backblech oder eine größere Pfanne benötigen. Dank der Antihaftbeschichtung lässt sich das Gebäck außerdem leicht aus der Form lösen. Nummer 4. Kaiser Classic Back- und Pizzablech rund 28 cm. Dieses runde Backblech von Kaiser erhalten Sie mit einem Durchmesser von 28, 30 oder 32 cm. Es besteht aus Stahl und hat einen 4 cm hohen Rand. Das Blech wiegt nur ca. 250 g und ist damit unglaublich handlich. Außerdem ist es mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Das kugelförmige Backblech eignet sich perfekt für die Herstellung von Kuchen, Quiche oder Pizzaböden. Durch den hohen Rand lassen sich auch Obstkuchen oder feuchte Kuchen problemlos in dieser Form zubereiten. Die Antihaftbeschichtung macht das Lösen von Kuchen und die Reinigung zum Kinderspiel. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Dr. Oetker Backblech mit extra hohem Rand. Das Backblech von Dr. Oetker hat eine Antihaftbeschichtung. Es besteht aus Stahl und hat eine Größe von 42 x 29 cm. Das Blech ist leicht ca. 500 g und einfach zu handhaben. Dieses Kuchenblech hat einen 4 cm hohen Rand und wurde speziell zum Backen von Kuchen entwickelt. Durch den hohen Rand kann keine Flüssigkeit über den Rand des Blechs entweichen. Daher eignet sich dieses Blech hervorragend für Schichtkuchen oder Obstkuchen. Das Backblech besteht aus hochwertigem Stahl und verfügt über hervorragende Antihaft-Eigenschaften. Dies ermöglicht beste Backergebnisse und eine optimale Wärmeleitung. Nummer 2. Backblechblechofenblechersatz für Gorenje 274.06. Das e-mailierte Backblech von Vioxx gibt es in verschiedenen Größen. So kann für jeden Ofen das richtige Maß gefunden werden. Auch der Metallrand ist in der Höhe verstellbar. Auf dem Blech ist eine e-mailierte Versiegelung mit Antihaft-Eigenschaften aufgebracht. Dieses Backblech besteht je nach Größe aus Aluminium oder Stahl. Dank der E-Mail-Beschichtung ist dieses Blech extrem haltbar. Es ist kratzfest, so dass Sie auf diesem Backblech ohne Angst schneiden können. Dieses Blech hält Temperaturen von bis zu 400 Grad stahnt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dr. Oetker 1012 Backblech 3 in 1 mit Transporthauber. Die Multifunktionalität des Dr. Oetker Backblechs ist eine seiner besten Eigenschaften. Es kann sowohl zum Backen als auch zum Aufbewahren und Transportieren von Backwaren verwendet werden. Im Lieferumfang sind ein Backblech mit den Maßen 29 x 42 cm und eine Transporthaube aus Kunststoff enthalten. Die Haube hat Tragegriffe und Verschlussklammern für eine aromasichere Aufbewahrung. Die Antihaftbeschichtung des Backblechs besteht aus Stahl. Diese Backplatte hilft nicht nur beim Backen, sondern macht auch den Transport zum Kinderspiel. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.